Hallo, ich bin die Anna Gasser und ich stelle euch heute meine neue Lieblingsbrille vor. Und zwar ist es die Anon M4S. Die hat es schon die letzten Jahre gegeben, aber jetzt ist sie kleiner und jetzt passt sie an meinen kleinen Kopf. Und ich würde sagen, es ist eine perfekte Brille für Mädels. Also Passform ist perfekt, ich habe sie jeden Tag auf und das Praktische ist eigentlich, das kann ich euch jetzt gleich sagen, dass man die Gläser einfach so schnell rausgeben kann und dann auch wegführen kann. Also wenn es euch auch gefällt, dann schaut es euch an, ich kann es nur weiter empfehlen.